So, dann sind wir auch schon wieder und machen genau an dieser Stelle hier weiter. Oh, nein. Ich bin überraschend. Das ist eine Angelegenheit. Oh, nein. Ich bin überraschend. Ich habe das Aeon gesehen. Das ist unglaublich. Oh, nein. Ich bin überraschend. Um, ich habe das Aeon gesehen. Das ist unglaublich. Ich bin überraschend. Frau Yuna, komm mal mit mir ein bisschen mehr. So, dann morgen? Morgen? Wir gehen auf der gleichen Böde, nicht wahr? Oh, wirklich? Wir können noch mehr sprechen. Huh. Du kannst mir alles über Zanarkind erzählen. Sie ist lustig, ja? Keine Ideen. Keine Worte. Hey, aber was wenn sie, wie, kommt auf mich? Das wird nicht passieren. Wenn du dich schmerzt, lass mich wissen. Ich habe ein Böde gemacht für dich. Wie meint ihr das? Das kann nicht passieren. Geht weg vom Zanarkind. Ah, ist ja gut, du alte fanatische Pullerpfeife. So, äh, 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 kann ich vielleicht nochmal den Tempel? Nein, kann ich nicht, äh. Hm, ready for bed. Nein, auch nicht. Don't overdo it. We leave early tomorrow. Ich möchte gerne noch ein bisschen gucken. Okay, es gibt nichts zu gucken. Geht weg vom Zanarkind. Ja, ist ja gut. Ja, okay. Äh, wenn wir eh nichts machen können, dann... Ja, okay. Ich bin nicht sicher. Ja, gut. Achso, ich kann steuern, ja gut. Hätte mir auch mal einer sagen können. Ich will nicht zu Yuna, tschüss, muss gut. Wiedersehen. Okay, dann muss ich wohl doch zu Yuna. Hallo Yuna! So, so? Du, mit einer Frau? Du kannst nicht sogar einen Ball sehen. Oh, was ist das Problem? Gonna cry again, cry, cry. Das ist die einzige Sache, dass du gut bist. Ich liebe dich. Huh? Was hast du gesagt? Du musst dich zu sprechen. Ich liebe dich! Das ist die Heilung! Du kannst es! Ich liebe dich! Er ist tot, okay? Tot. Ich liebe dich. 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 Ja, aber... Das ist das. Nicht mehr. Enough, Wakka! Ah! Scary! So, who's Chapu? My little brother, Chapu. He looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full-time. I know it kinda looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean... I owe you a lot. But it's so under Tiki. You really... Help me out, you know? What I mean is... Thanks, Wakka. Stop! You're embarrassing me! ... 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 Stunden verkacken. Kann man sich, kann man sich, ja egal. Ich gehe jetzt mal weiter. Hi. Die anderen warten also draußen auf uns, dann gehen wir mal. Hey, Sleepyhead. Something I want to give you. Whoa, you giving this? To me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village ten years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. Uh, they're not really my things. They're gifts for the temples were to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess... I guess you're right. Okay, off we go. Musik also auch in Final Fantasy 7, oder? Bei dieser Barret-Geschichte. Nee, doch nicht. Aber so ähnlich. So ähnlich. Ach, guck mal, was wir für ein schönes Falästin sind. mit Tidus, Vakka, Yuna und Lulu. Schön. Was soll man da üben? Bam. Bam! Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good Guardian someday. A flyer! My kind of customer. Kann ich eventuell schon... Nee, kann ich nicht. Nee, ich kann nicht das Team ändern. Bestia! Haben wir nur weil Faris? Oh, ich freu mich voll! Äh, Bruderherz. Plus 5% Angriff. Ansonsten sieht man hier gar nicht, ne? Wie viel Schaden die Waffen machen. So. Langschwert, da steht gar nichts bei. Und hier Angriff plus 5% Angriff. Okay, äh... Joa. Okay. Naja, wir gehen einfach mal weiter. Obwohl ich Lulu auch ganz gerne in der Gruppe hätte. Ja, was ist das für Lulu? Das sieht aus wie Trouble. Ha! Schau das! Ich hab' dir gesagt, nur Magik kann das Ding verletzen. Wenn du ihn nicht verletzen kannst, musst du Magik aus einem Element, den sie nicht mag. Magik? Element? Let's have our black mage, show you what I mean. Luke, you're up. Clueless, aren't you? Good thing I'm here. Das ist mit ihrer Mogri-Puppe auch. Sie ist ne Strapse. Da oben fallen fast die, die, ne? Dann ne Mogri-Puppe in der Hand. Also das, das... Ja, gut. So, die Elemente. Die Eigenschaften von Zauber und Monster bezeichnet man als Elemente. Auf dieser Welt existieren vier Elemente. Hitze, Kälte, Strom und Nässe. Wobei die ersten und letzten beiden jeweils entgegenwirken. Das bedeutet, Blitz. Oh, ist das schön, nächstes Spiel zu spielen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich bin verliebt in ein Spiel, das ich schon mal gespielt habe. Nimm dir Zeit, präge dir alles ein. Also das sind einfach so grundverschiedene... Was ist das? Oh man. Was haben sie nur? Warum reagieren sie so? Wir gehen doch nur weg. Luna kommt doch wieder, oder nicht? Chapeau. Das tun wir für Wakka. Nicht für uns. Das sollte es tun. So, erstmal speichern. Ich mache das jetzt echt so, dass ich immer einen neuen Speicherstand anfange. Einfach nur zur Sicherheit. Können wir jetzt mal hier lang? Warum dürfen wir da nicht lang, Mann? Ich will da lang. Was hat er mir jetzt für vor? Was hat er denn für ein Problem? Na ja, gut. Oh. Oh. Ekstase? Ach, werde ich doch eh wieder verkacken. Ich weiß nicht. Ich bin zu blöd. Also, auch Ekstase. Aua. Kann ich vielleicht anfeuern? Ja. Okay. Okay, er ist gleich zweimal dran. So ist er nur einmal dran. Wollen wir diesmal mal auf YOLO gehen und kein Peelpot benutzen? Wir machen das jetzt mal. Einfach so. Aha. Das ist genug. Was ist mit dem Mann? Kimari Ronsau. Kimari heißt das. Er hat gelernt den Fienden Weg zu kämpfen. Das ist nicht was ich meine. Er ist ein anderer von Yuna's Guardian. Huh? Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Hm. But he has protected me since I was a child. Hm. Metallschild. Ist doch bestimmt besser als ein Buckler. Ja. Ja, natürlich. Nehmen wir. Sonst kann ich hier nichts nehmen. Nee, nee. Sonst kann ich nichts tun. Ein Flyer. Das ist deine Department, oder? Wahrscheinlich. 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 Aber, äh, warum lassen wir uns nicht unsere Summoner zeigen, was sie von gemacht hat. Während des Kampfes können mit LB-Charaktere, die nicht beteiligt sind, beliebig eingewechselt werden, ohne dass eine zeitliche Verzögerung eintritt. Okay. Also, Yuna kommt jetzt rein. Für Tidus. Die Beschwörung. Yuna kann während des Kampfes mit dem Befehl Beschwören Bestia herbeirufen. Dieser Befehl steht nur Yuna zur Verfügung und kann im Kampf jederzeit benutzt werden. Die Bestia verlieren HP, wenn sie im Kampf verwundet werden. Wenn die HP auf Null fallen, verschwindet sie und sind danach für eine gewisse Zeit nicht verfügbar. Die HP der Bestia werden an Speicherspheroiden gehypt. Die Faktis. Die Spie ist gut. Die Spie ist gut. Die Spie ist gut. scheiß schwinge ja schön schwarz magie und wir machen erst mal an schweiß schwinge sie haben dadurch waren wir jetzt noch mal dran wie man sieht wird er da gut zurückgesteckt so dass wir da unten dann zweimal dran werden blitz blitz nicht gut gegen glatter männer wird aber doch gerne einmal sind wir gleich zweimal dran okay machen wir zweimal blitz ja er soll ruhig noch einmal angreifen deswegen machen wir nur angriff so jetzt ist nämlich unser special voll dass wir das auch noch mit der bestie sehen können und zwar den laser strahl das hat gefetzt ok dann kriegen also auch alle ep die am kopf teilgenommen haben abends sonne das könnte doch etwas für unseren titus sein ok die hat den blindschlag bruderherz hat dafür die plus fünf prozent attack ich bleibe mal bei bruderherz denke ich zu meinen meine ich zu denken schon wieder ja so jetzt ist sie blind und kann von daher daher jetzt natürlich nicht mehr so mega abgehen da die genauigkeit dass es viel trifft doch schon stark reduziert sind aber mit juna machen wir mal machen wir denn mal beschwemmen willig an sich nicht abkommen also schlug 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 Das war's für heute. Ja, ja. Das Vieh trifft uns halt einfach nicht. Herrlich. So, dann nochmal einen Blitz reinhauen. Wir sehen, wie der Ekstase-Balken stark wieder hochgeht. Aber so lange lebt das Vieh nicht. Rontilos bekommt jetzt keine EP, weil er nicht mal eingewechselt war. Okay. Darauf muss ich dann auch erstmal wieder wegkommen. Kann man irgendwie... Ähm, jetzt... Nein, 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 nein. Ich will das alles nicht. Kann man irgendwie die Karte groß machen? Nö, irgendwie nicht. Kann man auch eine Pause machen? Gut. Laufen wir mal weiter. Ist schon schön. Aber so, jetzt lass mal Juna einmal angreifen. Ist jetzt zumindest einmal angegriffen. Äh, wacker... Wir gehen jetzt mal auf den. Juna muss ausgewechselt werden gegen Tidus, den Flinken. Der dann auch den Wolf hier rausnimmt. Und an sich... Ist jetzt die Lulu dran. Wie sie ihn ausschaltet. Äh, kann ich die Lulu mal eben wecken? Hier, wach mal auf, Olle. Ja. Machen wir das. Und mach mal weg da. Äh, jetzt hab ich gar nicht drauf geachtet, ob alle gleich viele bekommen haben. Müssen wir beim nächsten Kampf mal drauf achten. Äh, Abilities, Juna, Vita. Ist schön. Können wir außerhalb vom Kampf auch heilen? Äh, sag ich dazu, hätte auch nochmal kurz was. Auf Ability sehen wir ja, was die... Was die Charaktere für Zauber haben. Beziehungsweise für Abilities, für Fähigkeiten. Und, äh... Bei der guten alten Juna haben wir Weißmagie. Das ist natürlich das Gegenteil von Schwarzmagie. Schwarzmagie ist dazu da, um die Gegner zu zerstören. Weißmagie, um der Truppe zu helfen. Medica, Heilzustandsveränderung eines Mitstreiters. Wie man da oben auch schön lesen kann. Sprich, wenn wir blind sind oder schlafen. Blablabla. Äh, und Vita regeneriert hat die HP. Und, ja, das können wir schön außerhalb des Kampfes auch nutzen, um unsere Charaktere zu heilen. Wenn wir dann mal ein bisschen Schaden gefangen haben. Ähm... Okay. Dann heilen wir uns halt mal. Juna hat halt gerade vom Wackern brennt bekommen. Von daher... Juna... Ach, nicht Juna, Lulu. Äh, gucken wir mal, was hier so abgeht. Okay, hier waren wir ins Wasser gesp... Oh... Ich bin gegen den... Mikro... Dings... Ständer gekommen. Äh... Äh... So, gehen wir hier lang. Gut, und hier können wir speichern. Das passt sich nämlich sehr gut. Denn, ja, wir machen es ja so. Denn dann wird jetzt diese Folge enden. Von Final Fantasy X. Und, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüssi.